Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Schnauzi und zwar bin ich heute auf einen Roadtrip auf dem Weg nach Ehingen zum Rodeo Drift. Es ist verrückt, aber es sind knapp 500 Kilometer. Das ging jetzt über den Tim, der hat das eingerührt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir wieder fette Drift-Action mit Motorrädern machen. Erik ist auch da, Cenox offiziell. Das wird gut und das Schöne ist, ihr seid dabei. Bis gleich. Wir sind in Rodeo Drift. Tschüss. Oh! Oh! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 They'll be calling me royalty 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 So, the first show has been achieved Trifft Roteo, super cool organisiert Es gibt Kaffee, Essen, Trinken, alles dabei für uns Fahrer, tippitoppi Hier gibt es sogar eine Reifenwechselstation Da oben haben wir die Jungs kümmern sich hier Die Fahrer brauchen wir mitmachen Hier steht alles voller Reisen Wirklich krasse Geschichte Mit der Exe Wirklich krasse Geschichte Wirklich krasse Geschichte Wirklich krasse Geschichte Die Fahrer brauchen schon Wirklich krasse Geschichte Bis zum nächsten Mal. 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 Wir haben eine herrliche Show gehabt. Wirklich sehr, sehr geiler organisiert. Was ihr da auf die Beine gestellt habt. Habt ihr vielleicht noch Glück? Chapeau. Wirklich richtig, richtig geil gewesen. Mit Eric zusammen Show gefahren. Ihr werdet es sehen. Oder ihr habt es gesehen im Video. Ja, die Jungs sind noch kräftig hier am Hasseln im Hintergrund. Okay, das ist feierabend. Alles klar. Gleich ist noch hohe Eskalation. Mal gucken, ob ich das noch draufkriege. Ich habe ja gesagt, Eskalation. Hier zum Abschluss. Mal gucken, ob ich das noch draufkriege. Mal gucken, ob ich das noch draufkriege. Okay. How are you? Okay. Bigger, baby. hooked. Oh, yeah. Thank you. Thank you. so finally on the way home roteo trifft 2024 was ging da wieder ab alter so eine krasse geile veranstaltung wahnsinn richtig krass gut organisiert zeitplan hat immer top hingehauen trifft taxifahrten wir haben essen und trinken bekommen wirklich ideal danke an familie heimpel für die unterbringung das war wirklich sehr sehr schön danke für eure gastfreundschaft nur geile leute beim roteo trifft also ich kann nichts dagegen sagen ich habe jetzt auch knapp 350 km vor mir schon 150 km weg das ist die abmoderation dieses video ich hoffe euch hat es gefallen genauso gut wie mir haut mal hashtag roteo trifft in die kommentare wenn ihr bis hierhin geschaut habt oder sogar da gewesen sein war auf jeden fall eine fette veranstaltung komplett für alle leute für die familie mit kindern für oma opa alle wochen da wirklich sehr sehr geil lasst gerne abo da abonniere den kanal liked und kommentiert und kauft birch sehen wir uns im nächsten video bis dahin habt alle eine gute heimfahrt ich hoffentlich auch video muck etwas rum als der esslampe ist an und auch eine andere lampe aber naja da darf das auch bei 376.000 wir werden morgen nachschauen bis späte